Wieso skippen alle Fates? Hast du einen Edgar, Alter? Ja, ich hab einen Edgar, Alter! Scheiss! Zeig mal ein wenig von vorne. Oh, shit! Aber hast du den beim Whisplans gemacht? Leider nicht. Ich war da. Aber er hat mir kein Video für mich. Und? Stehen die Frauen drauf? Nein. Ist gut. Passt zu mir, aber sonst ist Edgar scheisse. Die jetzt dort hinten. Ja. Würdest du jetzt sagen, eine mit Edgar ist so attraktiv für Frauen? Achso, eine mit Edgar. Es ist so passt. Ja. So. Neger. Neger. So, hast du das mit Sasaka? I've been gone through all this pain Take one day from all my brain That's how I would die for you baby But someone would say Mädels, was ist das kriminellste, was ihr je gemacht habt? Unsere Eltern sind weg gewesen, was wir können Und noch einmal Homeparty gemacht Wir sind uns erfunden Wie viele Leute sind da gekommen? Zwei Zwei? Aber es ist ja schon ein Homeparty Ja, es sind zwei Typen gekommen Oh, es ist da doch über Nacht Und es hat wahrscheinlich Drama gegeben Okay, und dann ist dort etwas passiert So wahrscheinlich dann am Abend Nein, nicht so in dir richtig Ja Gar nicht, aber halt so zum Hängen Und wenn sie halt dort haben Sie sind ehrlich Ihre Grosseltern wohnen neben dem Und sie haben da auch Fahne Dann haben sie ein wenig Geräusche gehört So ein wenig Nein, eben nicht Also so weit ist es schon nicht gekommen Und dann sind es So weit ist es schon nicht gekommen Hey 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 Hey, was? Ja, Bro Das crush auf Albana Ahhhh 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 Bist du Albanerin? Jaaaa Jaaaa Ich weiss nicht, was kriminell ist Aber Bullen sind um halb bis sieb Uhr zu uns nach Hause Und haben mein Handy eingefickt Ich habe ein Video weitergeleitet zu Kinderpornografie Ohhhh Ahhhh Dann habe ich Gerichtsverhandlung Und habe einen Busses bezahlen Wieso hast du Kinder vorgebracht In dein Handy? Mann, das ist ein Video, das einfach im Internet geschickt wurde Dann habe ich es weitergeleitet Und bin ich gefickt worden Es war so, ich war mit Kollegen am Telefonieren Und dann habe ich das Video angeschaut Und ich so, oh mein Gott Also wirklich, das Video ist total schade Sie so, schick mal Und dann habe ich es ihr geschickt Und ja, dann bin ich gefickt worden Von Bullen Und hast du Traf bekommen? Wäre ich 18, ich hätte ihm zwei Jahre geknast FBI Oben Oh mein Gott 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 Zwerg Bist du African? Yes. Äthiopien? No. Ähm, Ghana? No. Eritrea? Ja. Ja? Ja. Redet ihr eigentlich dort für eine Sprache? Tigrilia. Tigrilia? Ja. Tigrilia. Okay, wenn ich jetzt sagen wir, ähm, ich lebe jetzt zum nächsten Mal in der Bahnhofstrasse und ich sehe so eine, ähm, eritreianische Frau, die mir gefällt. Was sage ich denn auf eritreisch, dass ich ihre Nummern erklären kann? Shikorina. Shikorina? Shikorina? Shikorina Kamei. Shikorina Kanai. Mit M. Kamei. 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 Ja. Hallo Shikorina. Hallo Shikorina Kamei. Ja. Und dann gibt sie mir Nummern? Nein. Das heisst jetzt, hallo hübschi, wie geht's dir? Ähm, ja, ich weiss nicht. Hallo Shikorina Kamei. Okay, das ist langer. Hallo Shikorina Kamei. Und dann sage ich einfach auf Deutsch, gib Nummern und so. Ja. Okay. Ja. Es ist jello, helle lo. De G-direktat. Ja. Dini bitches lügen nachher, wenn sie wissen was sie kann. Full money, many bros. Thanks, bros. Shanice. Ja? 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 Ja. A lot like a rats, shut it place! Mini bitches! Ich hab' mini bitches am Kleid, Alter. Bro, dini bitches, schau mal nach, Bro. Hell nah, Bro, never. Aber glaub du mir noch, Bro. Was? Also mit dem Beamer, Bro. Awe, schau mal, Bro. Ich sag' dir um gewöhnen, jetzt. Du musst einfach grinden. Oh, kannst du schnall the gritty machen? Woa? Hehehehehe. I say right foot, free foot, woa, woe, 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 woe. Bro, du ksech, woe da schön ut, Wallah. Wow, merci, Bro. Ich küsse mich, Alter. Von wo bist du? Von Zuri. Von Zuri, bester Mann von Zuri, Wallah. Du auch, Bro, du auch. Ich schwör, du, du. Komm besser, Bro. Ciao, Bro. Bro, was... Bro. Was ein Ehrenmann, Alter. Du mit HSV5 Schwarzer. Du mit HSV5 €5 € € geert werden. Deixa, schau mal, nevremsch. Wir haben das ein. Vielen Dank.